Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Engineers Live zusammen mit dem Blizzor. Hallo. Und wir haben schlechte Ideen. Up in the Nether. Wir haben eine sehr gute Idee. Nein, sehr schlechte Idee. Die wird super gut werden. Oh no, wird sie nicht. Ich freue mich schon richtig. Nee, ich mich nicht. Schnell in den Nether. Wir gehen in den Nether. Ich sage übrigens immer Nether, obwohl es ja eigentlich Nether heißen sollte. Oder Nether, oder? Ja, eigentlich Nether. Keine Ahnung, TH halt. Oh, da fackelt er schon. Ja, keine Ahnung. Wollen wir loslegen? Wenn das jetzt zerbricht, dann Game Over. Nee, tot, okay. Jetzt kommt der spannende Teil. Wir wollen schreien hören. Achso, ich dachte, du willst drei. Soll ich reinlegen? Nein, nein, nein. Kommt der Geschrei. Warte, bist du bereit? Ja. Äh. Muss ich das oben drauf werfen? Ah ja. Oh. 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 Hörte die Beschwerung schon. Okay. Der letzte. Der letzte. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Ah, der tötet sich selbst. Das ist jetzt blöd. Oh. Das ist jetzt. Oh. Oh. Alter. Ich wusste nicht, dass das Ding explodiert. Oh, der ist wirklich komplett explodiert, ne? Ist das Single Use? Äh. Äh, eigentlich nicht. Ne, da ist hier so ein Oak Planks Siding rausgekommen. Hä? Seit wann das? Egal. Wir haben's. Egal. Und weg. Ähm. Der Gast hat sich einfach selbst getötet. Gott. Ich wusste nicht mal, dass das Ding an der Wand stecken bleiben kann. Meter. Ich dachte, die können da durchfliegen. Äh. Ne. Ne. Gas kann doch nicht durch. Gas kann nur durch Lava fliegen. Ja. Trau dem viel zu. Hä? Näs. Ah, okay. Ähm. Falls ihr euch jetzt fragt, warum wir da keine Urne drunter gemacht haben. Äh. Das ist ganz einfach. Weil. Wir, um eine Urne zu machen. Einen Killen brauchen. Und um den Killen zu machen, brauchen wir vorher dieses in Hellfire Dust. Also es geht nicht. Ja. Bisschen doof. Also. Dann würde ich sagen, schmeiß dein Zeug da rein. Und dann wird schon fertig sein. Okay. Hau rein. Okay. Okay. Rein damit. Acht Stück. Das könnte jetzt leider ein bisschen dauern. Ein paar Sekunden. Steht das hier im Rezept, wie lange? Ne. Ah, okay. Ah, es dauert schon. Es dauert schon. Uiuiui. Ja, ich würde sagen, eine Minute und dann haben wir es bestimmt durch. Und dann haben wir eine coole neue Mission. Bist du schon gespannt darauf? Oh, nee. Das klingt ein bisschen wie so eine Konsole von irgendwelchen Chinesen. Die Bachi. Gab es da nicht damals die Firma Hitachi oder so? Die gibt es immer noch. Die baut Klimaanlagen für Industrie. Aber war das nicht die erste Konsole oder so? Oder vertausche ich da was? Atari. Atari. Hitachi. Ach, keine Ahnung. Da gab es irgendwas anderes. Nein. Alle durchschelbe. Ich möchte nicht das gleichsetzen, aber da war irgendwas. Egal. Ingrid ist fertig. Ja. Weißt du, was das Problem ist? Nee. Wir brauchen drei. Wie? Für die Aufgabe erst mal einen. Für die Aufgabe. Aber für dieses Killen-Feuer-Ding brauchen wir drei. Ja, genau. Das meinte ich mir doch. Nein. Ja, warum ist der auch explodiert? Ja. Wahrscheinlich ist das Absicht. Weil wir keine Urne drunter gemacht haben. Aber wir können auch keine drunter machen. Holy shit. Weißt du was? Mach du dein Zeug. Ich gehe jetzt erst mal Leder suchen, denn wir brauchen später noch Leder. Und da hinten laufen ganz viele Pferde. Oh. Oh. Nicht schlecht Pferd. Mir fällt gerade auf, ich habe die ganzen Quests, die du im Stream gemacht hast, alle nicht geclaimt. Ist okay. Und die, die ich gemacht habe, auch nicht. Ja, nice. So, Leute. Jetzt gibt es hier erst mal eine Quest-Runde. Das wird ein Quest-Fest. Ja. Mmh. Horshoof. Okay. Nee, ist nicht so lecker. Du und deine... Warum isst du immer Pferde, ey? Das finde ich nicht cool. Cool. Ja. Guck mal, was ich nicht im Privaten ausleben kann, kann ich doch hier ausleben. Ist doch genau das Thema. Ach. Ich esse auch privat kein Fleisch und deswegen esse ich hier Fleisch. Gib's zu, du kaufst doch immer die Lasagne von Lidl. Ich glaube, Lidl war das, ne? Die verkaufen doch gar keine. Na, es gab doch mal eine Lasagne, ich glaube, von Lidl, in der Pferdefleisch drin war. Weil es in der Produktion aus Versehen da reingekommen ist. Ups. Ist da jetzt mal reingerutschtes Pferdefleisch. Ja, ist halt vielleicht ein Pferd. Eigentlich war das ja ein Schwein, aber... Ist da jetzt endlich da reingesprungen. Ups. Letztes Pferd sagt, da ist das Pferd und sprang in den Mixer. Wir haben hier immer sehr viele Kontroversen in unseren Videos oder Streams. Was? Ist das schon mal aufgefallen? Also, wenn das schon kontrovers ist, ne? Ja, alles ist kontrovers. Also, von uns. Ja, ja, schon, aber ich glaube, hier in unseren gemeinsamen Aufnahmen sind die Kontroversen noch sehr eingeschränkt. Ja. Ja, okay. Die Leute wissen ja nicht, was wir da vor und danach reden. Ja. Dann wird's kontrovers. Ja, oder allein schon, weil wir sich in Mindstreams immer reden, ey. Oh, das kann natürlich auch gefährlich sein. Aber das ist mir egal. Ja, wo sind denn die Kühe? Es gibt keine Kühe. Nein. Es tut mir leid, aber es gibt keine Kühe. Nein, meine Mad Talk ist kaputt. Mein Leben ist dabei. Hä, warum ist dann... Hm? Okay. Das Skelett, das macht irgendwelche Faxen. Weg, weg, weg. Oh, Kühe. Es gibt Kühe. Die du jetzt alle abschlachtest, oder? Yes. Hm, lecker. Kuhfleisch. Okay. Ne, Moment, was? Ne, doch. Kuhfleisch. Hm. Hä? Was? Oh, ne Babykuh. Droppt die auf Fleisch. Oh, Kalb. Ähm. Ja. Die droppt ziemlich viel sogar. Kalbsfleisch oder normales Kuhfleisch? Kalf Stomach. Oh. Ja, gut. Hätte ich nicht drauf müssen. Aber dafür nur halb so viel Leder, komischerweise. Ne, ist ja auch kleiner. Das ist echt... Das macht schon Sinn. Ja, aber es tut mir schon ein bisschen leid. Aber es muss gemacht werden. Ach, deshalb sind die Dinger hier gedroppt. Ich verstehe. Wolle ich nicht jetzt hingelegt. Da. Oh, gut. Planks. Zack, zack, zack. Mark. Oh. Wir müssen unsere Säge wieder aufbauen, verstehe. Aber dafür habe ich ja hier das Säge gebaut. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ich wollte die Metal reparieren. Mein Gott. Kennst du das? Das ist, wenn du manchmal einfach so zwei Minuten lang durch die Gegend läufst, weil du vergessen hast, was du machen willst. Ja. Das kenne ich. Wo ist denn Flint? Flint Dorino. Da ist es. Matt Hawk muss ich später auch noch einen Kobaltkopf drauf machen. Hast du einen Nähter Kobalt gesehen? Und Ardite? Ja. Ganz am Anfang, glaube ich. Oh, sehr gut. Kann ich das denn abbauen? Mining Level Obsidian wahrscheinlich nicht. Da kommt das da hin. Da kommt das da hin. Hm. Da ist die Gearbox. Da eine Gearbox wäre. Nee, es geht nicht. Wir müssen eins tiefer. Mann, Mann, Mann. Aber ich habe Marmor gefunden zum Bauen. Damit können wir wunderschöne Dinge bauen. Okay. So. So, also hier kommt so ein Ding hin, dann eine Gearbox, dann so ein Ding und dann da. So ein Ding, eine Gearbox. So ein Ding, eine Gearbox. Und die Säge. Hm. Das würde theoretisch Sinn machen, wenn ich jetzt noch mehr Axels bekomme. Wieso drehen sich die Axels eigentlich? Ach nee, ich habe hier noch. Okay. Oh Gott, ich brauche viele Gearboxen. Okay. Haben wir noch irgendwo Gearboxen? Das weiß ich gar nicht. Hast du welche gemacht? Weil ich habe keine gemacht. Ja, ich habe, glaube ich, irgendwo welche reingelegt. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher. Ah doch, hier habe ich zwei. Das reicht aber nicht wirklich. Ich habe drei Roten Gears gefunden. Schon mal gut. Kannst du vielleicht ein paar Gearboxen machen? Ja. Das wäre super. So, Axel. Axel. Gearbox. Brauchst du noch Gears oder hast du genug? Müsste noch welche herstellen. Ah, warte. Hast du genug für eine Gearbox? Äh, nee. Das ist jetzt schwierig, ne? Weil, um eine Gearbox, um Gears herzustellen, brauchen wir die Säge, für die ich die Gearbox brauche. Also, ich kann die aber erst mal umbauen, dann. Ah, warte mal. Ne, warte, das kann sogar da bleiben. Ja, warte mal. Ich habe doch hier noch eine Gearbox. Ja, gut, dann. So, und dann können wir die Säge da hinmachen. Dann kann ich dir gleich ein paar Gears machen. Hm? So. Das ist jetzt ein bisschen provisorisch, aber geht schon. Glaub ich. Geht das so? Ja. Das sind das jetzt... Ne, das sind jetzt diese Corners. Äh, jetzt werden es ihrs. Perfekt. So. Wo bist du? Ey, ich komme mal zu dir im Moment. Hier. Hast du? Dankeschön. Die reichen jetzt, oder? Ich hoffe. Ja, auf jeden Fall. Hast du, wir brauchen noch Traded and Wood Blacks. Naja. Also, ich brauche mindestens zwei Gearboxen noch. Äh, dann brauchen wir einmal. Haben wir irgendwo einmal? Ich stelle mal einen Eimer her. Mhm. Äh, wobei wir haben einen Eimer. Irgendwo hier. Egal. Schade nicht. Und hier sind, äh, drei Treated Wood Planks. Aber die brauche ich gerade. Ein bisschen Hanf ernten. Unsere Hanfplantage läuft ganz gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Kann man nicht sagen. So, jetzt ist die Frage, haben wir hier noch irgendwo dieses Hempfeiber Zeug? So, drei Gearboxen. Ah, perfekt. Bist du. Hier, hier. Hat so eine, ähm... Hast du noch mehr Traded Wood? Ja, ein bisschen. Vier Stück noch. Moment. Moment. Ah, ja. Toll. Sorry. Ähm, hat so eine Colossal Chest eigentlich... Ähm, irgendwie eine Suche oder sowas? Äh, nee. Glaub nicht. Okay. Das macht es später ein bisschen anstrengend, aber gut. Ja, mir... Wenigstens haben wir dann Dinge nicht doppelt drin. Naja, das stimmt schon. Ist das schwer zu machen? Kannst du das schon mal anfangen, oder? Nee, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Na ja, das macht Sinn. Dann, äh... Mach ich das hier. Wir haben sogar für zwei Axels. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das reicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben zu wenig Hanf. Kann man zu wenig Hanf haben? Ich glaube schon. Ja. So. Eins, zwei, drei, vier... Ja, ich... Hier kommt eine Axel hin. Dann kommt hier eine Gearbox hin. Alter, diese Konstruktion ist einfach... ...Mastermind. Das zeige ich nur. Ja. Ja. Ja, jetzt bräuchte ich hier noch eine Axel. Das heißt... Vielleicht auch mal ein bisschen Licht. Ja, das ist ja schlimm, wenn es immer so dunkel ist. Okay. Und da kommt die Säge hin und da muss jetzt noch eine Axel dazwischen. Okay. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Hanf. Warte, was soll ich da reinwerfen? Wie viel brauchst du denn? Äh, noch vier. Okay, ich habe schon fünf gefarmt. Also vier Hanf Fiber. Dann müssen wir die noch machen. Aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen Hanf noch gefarmt gerade. Okay, kannst du auch schon mal in die Mühle reinlegen. Da habe ich schon was reingelegt. Kannst du einfach dazulegen. Ich schau mal, ob wir hier noch irgendwo Hanf Fiber haben. Gut, also ich muss schon zugeben, der Vorteil einer Colossal Chest wäre natürlich schon... ...was man nicht mehr tausend Kisten durchsuchen muss, sondern nur noch eine. Aber die eine ist halt dann groß, ne? Ist die Frage, ob das wieder so gut ist. Ja. Das stimmt. Naja, aber es ist bestimmt ganz praktisch. Vor allem, wenn wir es dann irgendwann mit einem Refine Storage ansteuern. Ja. Oh ja. Äh, perfekt. Haben wir noch Nether Rack? Äh... Keine Ahnung, aber können wir farmen. Äh, weil wir müssen ja noch ein paar Seelen schreddern, oder? Ja. Aber das kann man ja einfach mal kurz im Neto noch farmen, wenn wir in Neto gehen. Gut. Weil ich hätte jetzt soweit die Konstruktion fertig, um die Säge und den Millstone parallel zu betreiben. Okay. Und theoretisch könnten wir noch eine Millstone antreiben, falls es nötig ist. Ja, dann gucken wir mal. Dafür bräuchten wir dann noch, äh... Ja, schon mal vorbereiten. Okay, eine Gearbox. So, und dann bräuchten wir dafür noch den Millstone und, äh, zwei. Millstone können wir auch mal dran stellen. Was ist das hier eigentlich? Oh. Ach, das sind die Bären, die du mir da gegeben hast, die irgendwie so einen Leuchteffekt einem geben. Glowing. Ich leuchte jetzt, oder? Genau. Das ist witzig. Alright. Gehen wir dann netter, oder? Sekunde, Sekunde, Sekunde. Ich möchte noch ganz kurz diesen Millstone da unten dazustellen. So. Ja. Vorrat. Ähm. Ja. Haben wir eigentlich schon Blaze? Powder? Äh, Nassen, ja. Okay. Weil dann könnten wir wirklich mal drüber nachdenken, auch, äh, die nächste Zeit mal in Vakuum. Vakuumhopper zu machen, damit das Zeug da unten nicht immer rausplumpst. Sollen wir schnell machen, oder? Vakuumhopper. Dafür brauchen wir einen normalen Hopper, dafür brauchen wir, wo war es easy? Eigentlich ganz günstig. Haben wir einen Obsidian übrig? Und 5i? Äh. Ja, 5i mit Sicherheit. Äh. Ja, weiß ich nicht. Ich nehme mal Wasser und dann hole ich mir nur ein bisschen was. Kann das sein, dass wir kein Obsidian mehr haben? Kann sein. Oh. Dann suchen wir jetzt hier einen normalen Hopper. Äh, aber die Enderperle haben wir noch, oder? Ja, die müssten wir irgendwo liegen haben. Ach, guck mal, hier liegt noch alles drin. Äh, Enderper? Das wäre es jetzt gewesen so. Nee, die habe ich geworfen. Nee, geworfen habe ich sie nicht. Ah, da, ich habe sie. Okay, jetzt habe ich nicht, jetzt habe ich die Enderperle gesucht und nicht wegen Obsidian geschaut. Aber ich glaube, wir haben tatsächlich kein Obsidian mehr. Ich habe, glaube ich, das. Okay. Also wir brauchen auch nur ein Obsidian. Ja. Äh, ich habe 6 Stück jetzt. Optimal. Per Orcs, Queerschen geht alles ein bisschen flott. Das heißt hier ist das, ich habe Ender, das Ding und ein Obsidian. Krass. Okay, dann hier. Oh, wie sieht die aus? Nice. Das ist unser erstes Hightech-Teil, ne? Kann man das Hightech nennen? Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, doch schon, oder? Ja, wohl schon. Also Ender-Technik, würde ich sagen, ist schon Hightech. Wenn wir das jetzt hier unten dran machen, dann despaunt der ganze Schlaunz nicht mehr. Ultra-nice. So. Dann, äh, wollten wir in Netherrack farmen gehen, ne? Genau. So. Lol, hier war noch ein Obsidian drin. Erstbeste Kiste, wo ich mein Zeugin zogen will und, huch, da sind wir, oh, und ich habe noch ein Bucket im Inventar gehabt. Ein Baguette? Ein Bucket, ein Eimer. Achso. Gehen wir besser einfach. Oh, warte, das ist hier, sicher ich hier mal? Gehen wir besser einfach in den Nether und nicht überspielen. Bin schon, bin schon in den Nether. Oh. So. Oh. Du, 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 du. Wir sollten mal überlegen, ob wir hier nicht, äh, noch Stufen hinmachen. Damit wir noch schnell nach unten. Ja. Wobei wir eigentlich schon recht flott laufen. Ja, runter, aber nicht hoch. Doch, natürlich, äh, du hast ja deinen automatischen Step-Ding ins, drin. Ja, okay, das schon, aber. Ähm, also ich habe Netherack für dich gefarmt. Ah. Ja, äh, 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 genau. Ähm. Wollen wir riskieren, uns da rüber zu bauen? Damit er auf jeden Fall da drin reinpackt, oder wie? Ne, für das Kobalt. Ach so. Ja, wo ist die Gefahr dahinter? In die Lava zu fallen. Ja, warum fährst du in die Lava? Weil ich zum Beispiel die Shift-Taste loslasse, oder sowas. Ach so, dann, äh, äh, ja, das ist natürlich blöd. Du. Oh, da kommt ein Monster. Ne, alles gut. Alter, ich schmeiß dich gleich in die Lava, dann weißt du. Hast du nicht diesen Lava hier, der entlang schwimmt? Ich hasse Lava. So. Nein, nein, Diamond Plus. Was? Ich habe es erwartet. Möchtet er mich verarschen? Boah, das sind solche. Ekelhaft. Oh. Ja, aber was ist denn Diamond Plus? Ist das dann Radite, oder? Ja, wahrscheinlich für Obsidian. Das wird nicht so schwer sein. Wir müssen einfach nur ein Sharpening Kit machen, das, äh, Obsidian hat. Aber, aber meine Pickaxe hat Obsidian, Mining Level Obsidian. Ja, aber wenn du, äh, du musst wahrscheinlich eine Stufe darüber. Und wenn du jetzt einen Sharpening Kit, äh, Obsidian hast, dann würdest du damit Obsidian abbauen können. Durch deinen Diamant geht es noch eine Stufe höher und dann wirst du es abbauen können. Aber ich habe doch jetzt schon, äh, Mining Level Obsidian, meine ich. Ja, aber dann geht es eins höher. Okay. Darum geht es. Also wenn ich Obsidian Sharpening Kit auf Obsidian mache, dann kriege ich einen Diamant Plus. Oder hast du, ist das schon ein Obsidian Kopf, oder wie? Ja, ja, es ist jetzt schon Mining Level Obsidian. Also es ist ein Kopf. Ja, es geht darum, was du für einen Kopf hast. Ach so, nee, aus, äh, Saphir. Ja, und der ist wahrscheinlich nicht Mining Level Obsidian, sondern davor. Aber wo hätte ich dann das Mining Level Obsidian her? Oder meinst du, das ist durch den Diamant-Ding? Ach so. Das könnte sein. Das ist so. Das ist so. Okay, okay, ich glaube dir. Alright. Haben wir eigentlich soweit alles. Ähm, ist die Frage, wollen wir dann in der nächsten Folge die, äh, die beiden Gasts nochmal uns gönnen, oder? Okay, dann machen wir das so. Machen wir das so? Alles klar. Nächste Folge Gasts und dann noch eine Colossal Chest. Alles klar, das klingt nach einem hervorragenden Plan. Also gut. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auch beim Bläser vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.